Hallo, mein Name ist Daniel Lombea. Ich möchte euch ganz gerne vorstellen, was ich mit euch vorhabe in meinen Crashkursen für die Universität Düsseldorf, jetzt demnächst hier im Juli 2015. Ich selbst bin Düsseldorfer, habe an der Uni Düsseldorf studiert, Betriebswirtschaftslehre und Mathematik und meine beiden Examen dort bewerkstelligt und habe damals auch angefangen, 1994 diese Kurse anzubieten, auch und gerade für die Uni Düsseldorf. Also, was habe ich mit euch vor? Zunächst natürlich Mathematik für Wörterswissenschaftler, all das, was ihr braucht in einem eintägigen Kurs, die einzelnen prüfungsrelevanten Punkte hier zusammengefasst und immer dann mit Aufgaben auf Prüfungsniveau dann gespickt. Dasselbe natürlich für die schöne Statistik, abgestimmt auf Professor Heiß, abgestimmt auf das, was ihr hier benötigt. Ich werde also die einzelnen prüfungsrelevanten Punkte mit euch besprechen und dann halt ins Detail gehen. Und natürlich hier das schöne Fach Unternehmensrechnung, Rechnungswesen, Jahresabschluss, steuerliche Gewinnermittlung, abgestimmt auf Professor Schirrmeister hier und Professor Förster. Das heißt, das bedeutet also, was muss man wissen, was muss man an einzelnen Sachen hier drauf haben. Das Ganze wie immer auf Klausurniveau. Und ja, ich freue mich auf euch. Viel Spaß. Bis dahin. Bis dahin.